Kapitel 6 Geschrieben von Black Owl Gelesen von Bandeleard Draco zog den Kragen seines Mantels noch höher, als er den Laden verließ. Zur Hölle! Konnte es tatsächlich sein, dass es noch kälter geworden war, als bevor er den Laden betreten hatte? Er hätte einfach zu Hause bleiben sollen. Seit drei Tagen schneite es in England und blickte die Stadt unter einer dicke, glitzenden Eisschicht. Er lächelte, während er durch die Winkelgasse ging. Es erinnerte ihn an den Dezember, als Hermine ihm gesagt hatte, dass sie schwanger von ihm sei. Merlin, wie die Zeit verging! War es leicht gewesen, obwohl sie sich liebten? Nein. Nein, es war eine Herausforderung, und wenn er etwas gelernt hatte, dass Liebe nicht immer ausreichte. Eine Beziehung zu beginnen war schon schwierig. Verabredungen zu haben, sich kennenzulernen, zu lernen, was man an dem anderen mochte und was nicht. Ein Zusammenleben zu beginnen, neben dem Alltag, der Arbeit und Freizeit. Sie hatten das erlebt und nebenbei miterlebt, wie ihr gemeinsames Kind in Hermines Körper herangewachsen ist. Die belöste vielleicht nicht alle Probleme, aber es machte alles wesentlich schöner und leichter. Er liebte Hermine und nichts würde das je ändern. Gar nichts. Und sie liebte ihn. Verrückt, wie die beiden zusammengekommen waren und wie sie das gemeistert hatten. Auf Dracos Freundesseite war die Akzeptanz weniger das Problem gewesen. Im Grunde wussten seine Freunde, dass er für Hermine seit Jahren eine Schwäche gehabt hatte. Pansy hatte ihn ja sogar damals zu dem Ball gedrängt. Dafür gesorgt, dass er sie fragte. Auf Minas Seite war die Meinung gespalten gewesen. Es gab Freunde, die es still hinnahmen, auch wenn sie vermutlich Draco nicht über den Weg trauten. Es gab Freunde von ihr, die ihn akzeptierten, mittlerweile mit ihm selbst verfreundet waren. Und es gab Menschen wie Ronald Weasley. Ron, der ausgeflippt war, als er von der Beziehung erfuhr. Erst recht, als er davon hörte, dass Hermine von ihm schwanger war. Sie ein Kind von Draco Malfoy erwartete. Einem Scheiß-Todesser, wer damals geschimpft hatte. Es war schwierig gewesen. Vor allem für Hermine, weil sie vor allem in ihrem Freundenskreis Abschnitte machen musste. Selbst in seiner Familie gab es unterschiedliche Meinungen dazu. Sein Vater war seltsam zurückhaltend gewesen, was Draco schon regelrecht verwundet hatte. Seine Mutter hatte sich gefreut. Sie hatte Hermine sofort ins Herz geschlossen und sich für beide gefreut. Erst später hatte Lucius versichert, dass er nichts gegen Hermine hatte. Ihm der Status mittlerweile scheißegal war. Er hatte nur Angst, dass es Gerede geben würde. Und das gab es natürlich. Sehr viel. Nicht nur die Freunde. Nicht nur die Familie. Sondern auch Kollegen und Kolleginnen und jedermann in der Öffentlichkeit. Denn ich einmal sie kannte, nahm sich ein Recht heraus, diese Beziehung zu beurteilen. Er konnte damit umgehen. Diese Dinge ignorieren. Das hatte er bereits nach dem Krieg gelernt. Und für Hermine war es schwieriger gewesen. Noch schwieriger, weil sie ihrer Eltern davon nichts erzählen konnte. Sie erkannten sie immer noch nicht. Der Spezialist, Professor Wilson, vorstand der Sache nicht mehr. Ein anderer Heiler, jünger und positiver gestimmt, gab immer noch nicht auf. Wobei Draco es schmerzte, Hermine regelmäßig zu sehen, wie sie enttäuscht war, wenn es wieder keine positive Resonanz gab. Aber aufgeben wollten sie auch nicht. Sie waren vor einem halben Jahr in Australien gewesen. Natürlich nicht, um ihren Eltern direkt einen Besuch abzustatten, aber ihre Nähe zu suchen. Hermines Vater praktizierte immer noch als Zahnarzt. Ihre Mutter tat dies nicht mehr. Sie hatte scheinbar ihr altes Hobby, die Botanik, zu ihrem neuen Beruf gemacht und besaß einen kleinen Blumenladen in der Nähe des Hauses, in dem sie mit ihrem Mann wohnte. Sie waren dort gewesen. Natürlich nicht wissend von Hermines Eltern, wer sie war. Sie würden wohl an Hermines Verstand zweifeln, wenn Hermine ihnen eröffnete, dass sie ihre Tochter war. Draco wusste nicht, wie ihr Hermine den Schmerz ersparen konnte. Am liebsten würde er gar nicht nach Australien reisen, bis die Granger sich wieder erinnern konnten. Aber das wollte Hermine nicht. Sie planten bereits, wieder nach Australien zu reisen, allerdings erst im Frühling. Er trug es kaum, Hermine so zu sehen. Sie würde sich freuen, aber gleichzeitig tief in Trauer fallen. Ihre Eltern zu sehen, ohne dass sie diese erkannten. Er verschwand in einer Nische und operierte, nur um wenig später die vertraute Gasse entlang zu gehen und dann auf die verwaiste Straße zu treten. Kaum jemand war hier in einem dichten Schneetreiben noch unterwegs. Selbst die Kinder der Nachbarschaft war das Wetter offensichtlich zu kalt. Er ging die wenigen Stufen hinauf zur Haustür des Stadthauses im viktorianischen Stil. Ein Haus, das er bereits erworben hatte, als Hermine im siebten Monat war. Absolut verwahrlost, in einem katastrophalen Zustand. Aber ein Stadthaus, bei einem gewissen Jam, in das sich Draco und Hermine gleichermaßen sofort verliebt hatten. Auch wenn Hermine immer noch über den unverschämt teuren Kaufpreis schimpfte. Sie waren erst ein Jahr später eingezogen. Hermine und er hatten es herrichten lassen. Sie hatten an dem vierstöckigen Haus angebaut und trotz allem versucht, die alten Elemente und historischen Bauten mit einzubeziehen und restaurieren. Sie hatten so die kleinen Stuckdetails herausarbeiten und die Dekors renovieren lassen. Der London Yellowstock, der typischer gelbe Ziegel, aus dem das Haus gebaut war, wurde erneuert, um den Stil beizubehalten. Sie hatten Räume verbunden und erweitert. Sie hatten sogar den Dachboden ausbauen lassen. Das Haus dominierte mit den alten Details und sehr moderner. So wie der Einrichtungsstil. Ein Mix aus Antiquitäten, neuen Möbeln, Kunstwerken und Designestücken. Er liebte es. Hermine hatte ein Händchen hierfür und es war das erste Zuhause seit Jahren, an dem er sich wieder wie zu Hause fühlte. Seine Eltern, vor allem Lucius, hatten es missmutig hingenommen. Immerhin war es Tradition, dass ein Malfoy in Mano erlebte. Aber Draco war eher verwundet gewesen, dass sein Vater wirklich geglaubt hatte, er würde nach Mano zurückkehren. Dort war zu viel in der Vergangenheit passiert. Er würde sich dort nicht mehr wohlfühlen. Er hatte sich mit Hermine ein eigenes Heim aufgebaut, das er mit Stolz sein Zuhause nannte. Er lächelte in sich hinein. Sie hatten selbst bei dem Garten ein architektonisches Meisterwerk erschaffen. Ein typischer englischer Garten in Naturformat. Mit geplasterten Wegen, Apfelbäumen und sogar einem Gewächshaus. Ich bin wieder da, verkündete er laut, als er in dem schmalen Flur trat und den Mantel und die Schuhe auszog. Es schneit wie verrückt, rief er in das Haus hinein und hing gerade seinen Mantel auf, als er hastige Schritte hörte. Er lächelte breit, als das vierjährige Mädchen mit den langen, wilden, blonden Locken auf ihn zugerannt kam. Papa! Er hob seine Tochter hoch und küsste sie, während sie ihre kleinen Ärmchen um ihn schlang. Ihre großen, braunen Kinderaugen strahlten. Euphelia war das Beste neben Hermine, was ihm passieren konnte. Sie war ein kleiner Engel, das wertvollste, was Hermine und er besaßen. Ich habe Mami ganz viel geholfen, erzählte Lea stolz. Hast du ja. Mhm, bestätigte seine Tochter und er ließ sie wieder runter. Ich habe geholfen beim Gemüse schneiden und ich habe den Tisch schon gedeckt. Wirst du mal sehen? Na klar. Sie rannte vor und Rico schmunzelte, während er ihr gemächlich folgte. Küche und Esszimmer waren in einem großen Raum untergebracht, der in den Garten führte. Durch die großen Fenster, sah Draco, dass auch dort alles bereits verschneit war. Selbst den Schneemann, den er vorgestern mit Lea gebaut hatte, war nicht mehr durch die dicken Flocken zu sehen. Der Tisch war tatsächlich bereits gedeckt, bis auf die Wein- und Sektgläser. Sie würden heute Gäste hier haben und vor allem morgen ein Neujahr. Gemeinsam mit ihren Freunden und deren Kindern einen gemütlichen Abend verbringen. Ich dachte schon, du findest dich mehr nach Hause, sprach Hermine, die an dem Küchenblock aus Eichenholz stand und scheinbar immer noch Gemüseschnitt. Rico schmunzelte. Sie war wunderschön. Er stellte die Tasche zur Seite und küsste sie sanft auf den Mund. Seine Ehefrau. Auch eine Tradition, die sie gebrochen hatten. Er hatte Hermine nicht vor der Geburt von Lea zum Atakizherd. Wir waren damals schon zwei, als sie im kleinen Kreis feierten. Alles gut da unten? fragte er und Hermine nickte, bevor er sich hinunterbeugte und gegen Hermines rotes Strickkleid ihren kugelrunden Bauch küste. Das war der Grund, warum sie die nächsten Tage noch mit ihren Freunden verbringen würden. In knapp vier Wochen kam ihr zweites Kind auf die Welt. Ein Junge, wie sie bereits wussten. Hallo, Scorpius, wüsste er und Hermine lachte leise, bevor Lea von der Sitzbank, die an der Wand entlang des großen Estisches stand, rief. Scorpius tritt Mami schon die ganze Zeit. Ich habe ihm dann vorgesungen. Das hat ihn beruhigt. Nicht wahr, Mami? Ja, mein Liebling, erwiderte Hermine und Lea strahlte. Sie hatten Lea von Anfang an mit anbezogen, als Hermine schwanger war. Sie sollte sich nicht ausgeschlossen fühlen und in ihre Rolle als Fässer hineinfinden. Sie war voller Begeisterung gewesen und Draco hoffte, dass dies anhielt, aber bei Lea hatte da wenige Bedenken. Lea war ein so liebes Mädchen, dass man sie sofort ins Herz schließen musste und das selbst alle in ihr Herz schloss, andertig von ihrer Mutter geerbt. Du wärst die beste große Schwester, die es gibt, sprach Draco und Lea lächelte wieder. Hast du den Wein bekommen? hackte Hermine nach und Draco zog die beiden Flaschen aus der Tasche. Hermine rollte mit den Augen. Hermine fand es lächerlich, dass Draco nur deswegen noch losgegangen war. Du weißt doch, dass es Pansys Lieblingswein ist. Wirst du wirklich eine schlecht gelaunte Pansy hier? Ach, schon gut, wehrte Hermine ab. Tante Pansy und Onkel Adam schlafen hier, nicht? fragte Lea und Draco Necta. Ja, so wie Onkel Harry und Tante Ginny. Nur seine Eltern waren nicht dabei. Sie waren aktuell an der französischen Küste und würden erst wieder nach den Feiertagen da sein. vermutlich mit unendlich vielen Geschenken für Lea. Die beiden verwöhnten sie viel zu sehr und Blaze und sein Lebensgefährter kamen erst morgens zum Brunch. Und wir schlafen alle in einem Zimmer, verkündete Lea. Maisie, Blake, James und ich. Hermine wirkte besorgt. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, Schatz. Aber wieso nicht? fragte das kleine Mädchen etwas aufgebracht. Wir sind auch brav! Draco gluckste. Er zweifelte nicht daran, dass sich die Kinder verstanden, eher daran, dass sie nicht schlafen würden. Maisie und Blake waren Pansys Kinder, Zwillinge und dreieinhalb Jahre alt. Maisie war sogar in der gleichen Kindergartengruppe wie Lea und sie mutierten zu besten Freundinnen, während Blake und James in der Parallelgruppe waren. Eine Maßnahme, die eine Erzieherin vorgeschlagen hatte, damit Blake, der schüchterne war, als seine selbstbewusste Schwester mehr aus sich herauskam. Na schön, meinte Hermine persönlich. Hast du denn dein Zimmer schon vorbereitet? Mhm, legte Lea und sprang vor der Bank. Aber ich schau noch mal, besicherte seine Tochter und rannte die Treppe nach oben. Hermine seufzte und Draco lachte leiser und ermahnte seine Frau. Lass ihnen doch deinen Spaß. Denkst du wirklich, sie halten bis zum Feuerwerk durch? Ich befürchte nicht und dass sie uns dann in der Alle früh aufwecken würden. Er lachte erneut und küsste sie, bevor er ihr zusah. Soll ich dir bei irgendwas helfen? Nein, du kannst dich noch um die Gleise kümmern. Er nickte und begann, diese Art zum Schrank zu nehmen. Wenn Harry und Ginny hier sind, mit wem feiert denn das Weasel? fragte er und Hermine sprach vorwurfsvoll seinen Namen aus, was er ignorierte. Ronald Weasley war und blieb für ihn ein Arschloch. Er konnte sich mit ihm nicht anfreunden und das Weasel nicht mit ihm. Wobei die Freundschaft zwischen dem Rotjopf und Hermine auch nicht mehr die beste war. Es war eher ein Hinnehmen und Akzeptieren. Vor allem wegen der Kinder. Ron und Levin, das Tochter, würden wohl mit den anderen Kindern und Leah nach Hogwarts kommen. Den Kindergarten besuchte sie nicht. Soviel ich weiß, richtet Levin da ein Essen aus. George kommt mit Angela und den Kindern und Jamis und sie stockte kurz. Nun, eben auch die Frau und die Kinder. Rico lachte leise. Du kannst dir immer noch nicht den Namen merken. Hermine rollte mit den Augen. Nennen bitte nicht Weasel vor Genie, wenn ihr auf das Thema kommt. Er würde es mit aller Macht vermeiden, Ronald zu erwähnen und er hoffte, dass Genie es auch tat. Ronald hatte sich damals lustig darüber gemacht, dass Rico und Hermine sich die Elternzeit teilten. Sie sich gemeinsam so ihre Arbeit aufteilten, dass sie für Leah gemeinsam da waren und jeder doch seiner Arbeit nachgehen konnte und Genie hatte ihn dafür zur Schnecke gemacht. Einer der besten Tage für Draco, als er davon gehört hatte. Als er fertig mit den Gläsern war, trat er erneut eine Miene heran. Ich habe noch etwas für dich. Ihre Augen wurden groß. Für mich? Er nickte und holte die Pralinen hervor. Nicht dein Ernst, sprach sie und ließ sofort das Vorbereiten vom Essen sein. Es waren Nougat-Pralinen. Sie hatte bei Lirschen eine Fabel dafür gehabt, regelrecht eine Schwangerschaftslust entwickelt. Sie machte die Pralinen-Schachtel auf und seufzte ergeben, als sie eine Praline in den Mund schob. Mh, himmlisch. Er küßte sie zahrend auf die Wange. Sie umarmte ihn und küßte ihn auf die Lippen und stoppte erst, als er sie nahezog und seine Hände wandern ließ. Draco, wüsste sie leiser. Lea kann gleich herunterkommen. Er brummte und drückte erneut den Mund auf ihren, bevor er sie losließ. Schon gut, schon gut, dann hebe ich mir das für später auf. Sie lachte leise und sie beide blickten auf, als Lea wieder angerannt kam. Können wir in meinem Zimmer eine Höhle behauen, Papa? Hagen sie nach Luft schnappend. Jetzt? fragte Draco. Natürlich jetzt, entgegnete Lea und Draco schnappte sie sich und warf sie über seine Schulter, was sie zum Lachen brachte. Na schön, Frau Baumeisterin, dann bauen wir wohl eine Höhle. Er zwinkerte er mir erneut zu, während Lea kopfüber über seine Schulter hing und weiterhin laut lachte und quietschte. Das hier war das beste Leben, was ihm passieren konnte. Ein Leben, das er sich immer nur erträumt hatte. Er hatte Hermine, die Frau, die er über alles liebte. Er hatte eine wunderbare Tochter und in wenigen Wochen sogar noch einen Sohn. Und auch, wenn nicht alles perfekt war, mit dem Weasel, Hermines Eltern oder dem Alltagsstress, war im Großen und Ganzen sein Leben wunderbar. Er dankte dem Schicksal dafür und auch Pansy, die ihn dazu gedrängt hatte, Hermine zu fragen, gemeinsam auf den Ball zu gehen. Auch wenn Pansy vermutlich, dass ihm bis zum hohen Alter vorhalten würde. Sein Leben war wunderbar und er würde es bis zu seinem letzten Atemzug in vollen Zügen genießen. Zügen